das ist ein bisschen stark greift muss man schon spielen ne? ach guck mal die kennen wir doch die kennen wir doch also nun hat sich bekommen zum teil 3 von 3 keine ahnung das dritte man gegen die gleichen aber wir haben die letzten zwei spiele gewonnen das ist best of five die werden sich auflegen aber schon wieder die ey scheiß mann sie denken bloß jetzt schießen wir sie mal denken die jetzt könnte schon sein makro game haben wir keine chance gehabt hat geschießt ich glaube der silverspieler ist definitiv kein silverspieler aber so gut ist hat er auch nicht aber so schlecht ist er auch nicht äh brennischen gold platti platti mindestens platti wenn ich nur die ja lieber da baut ihr ein wobgate ungefähr zurück? das ist mein wobknoten, wobgate ist er noch nicht das ist egal ok die steht schon das ist noch eine ganzzeitige naja oh der spielt protoss der spielt eine andere rasse ok und die sind übrigens offen ok das heißt wir rassen oder was? ja dann spiele ich jetzt ganz was anderes ja dann spiele ich jetzt ganz was anderes ich hab mir gedacht der spielt tiranus oder wieder ich denke ich nicht was anderes wir haben halt nur wieder den gleichen gesehen da kommt wohl schon der scout brau scoutet brau scoutet wo du auch nicht wo ist er jetzt kommt doch da ist er bei der rambo da ist er drin da gegen protoss spiele ich natürlich was ganz anderes da gegen protoss spiele ich natürlich was ganz anderes ex jetzt glaube ich werde mit einer drohne raus wenn wir jetzt ex machen und tot wenn wir jetzt ex machen und tot dann können wir 1 base all in machen äh 1 base all in so ich produziere jetzt stalker ich produziere demnächst linge ich produziere demnächst linge dann brauche ich jetzt keine weiteren linge dann brauche ich jetzt keine weiteren linge dann dies drowns nee drowns mache ich äh sonn ja ja ich bin hier 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 mein oberl ist da natürlich sehr gefährlich er hat aber auch schon vier linge ne ja vier ihr seid auf mich an ich bin hier wenn ich jetzt meine zwei zwei adaptoren äh ein adaptoren den stalker noch haben dann kommen wir los jo mein spiel ist auch gleich durch mein oberlp von unserer sterben ist nämlich jetzt auch durch die können sie nicht abholen diese map hier mit dieser gränen mitte da ich durch klären muss ich kann auch in den zerk hier irgendwas muss man kippen ob ich den menschen machen können wir schon mal weg damit schon mal bei den gekommen ich hole die beiden linge hier ich brauche für die linge hilfe was auf die peinlinge auf ich hole mir die beiden linge jetzt Ihr benötigt mehr Resvingas. Richtig für die Küche. Alles wie hier. Ja, cool. Immer ab. War doch ein mobiler Stalker. Ja, mir kommt gleich wieder drüben. Vielleicht wird er da. Nein, ich brauche was gegen die Linke. Jetzt kommen wir weiter. Jetzt kommen wir weiter. Wir gehen mal eine dritte. In die Schatten. Oh, ihr habt nicht geliebt in der Reihen. Und in der Reihen. Und in der Reihen. Und in der Reihen. Wir sind eins. Ja, der ist ja abgerissen. Der hat mich noch geholt. Ich kann jetzt gleich rein bei denen. Run by. Ja, mach das. Kann ich nicht. Bählinge. Show up. Blinkstalker. 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 Hattest du Blinkstalker? Ja, komplett zurück. 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 Sammeln. Ich bin. Das kommt runter. Hast du Boomlinge? Nee, ich brauche jetzt wirklich. Du bist da. Ich bin in Boomlingfights. Können wir auch gleich schnell. Ja. Wenn du Gas brauchst musst du haben. Noch nicht. Das hab ich ein bisschen. Boah, Mineralien, ja. Da haben wir nicht aufgepasst, das haben wir verloren. Ja, das haben wir jetzt verloren. Das haben wir jetzt verloren. Kann ich auf den Pass dann. Ja, wobei... Ah, die Mortals machen können. Lass sie hochkommen, lass sie hochkommen. Ja, das ist nicht so. Ich habe mich auf den Pass. Ich habe mich auf den Pass. Ich habe mich auf den Pass. Ah, die Basis kann unten sterben, nicht schlimm. Ah, schön, du bist doch gar reingerellied. Das heißt nämlich... Nicht wirklich. Oh, da stehen nochmal... Wir sind zurück. Da stehen nochmal richtig viele Linge. Das hab ich nicht wirklich... äh, meine Echse nicht kaputt gemacht, das ist gut. Ich kann meine Orelots schnell noch retten. Ich muss noch rumstehen. Ah, das war jetzt irgendwo, oder? Das war jetzt... Das war jetzt auch... Das war jetzt auch... Ich glaube nicht, dass der... Der Terranor einen Gehex hat. Wo das? Eigentlich doch. Der eigentliche Terranor. Ja. Mit Gas hast du eben kein Gas. Ich hab ein Gas für so gemacht, mein Shit. Ich hab wirklich Null Gas. Das ist nicht gelösen Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Ich hab's da noch umgestern gebaut. Das ist nicht gelösen Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Ich hab noch einen Gehex mehr. Ich hab noch einen Gehex mehr gemeint. Ich hab noch halb was dazu und jetzt kann ich nicht kein Gas. Ich hab noch Gas. Ich hab noch Sturmleicht dazu. Komm jetzt noch, oder? Ja, ich bin zu viel für die. Sehr schön. Ladies, we are you. We are you. We are you. We are not going to be able to be able to kill you. Oh, der ist so richtig. Der ist so zu schatten. Ich muss mich auslöschend... We are gonna make you. Ich muss die Exe weg. Ja, mach das weg, ich glaube wir auch alle. Der Kampf ist froh. Der Kampf ist froh. Der Kampf ist unter sein. Oh, den hier ist der Exe weg. Ah, der hat auch sein Dings nicht benutzt. Seine Energie oder was? Ja. GG zum dritten Mal. Beste 5, 3 gewonnen. Da brauchen wir auch gegen Beste 5, dann können sie nicht mehr gewinnen. Ich hab immer noch den Bug, kann doch nicht sein. Plus 27, wir haben jetzt 4.023. Nicht schlecht. Dann muss ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dahin. Tschüss, tschüss. Tschüss.